In diesem Video möchte ich euch mal den HW88 Super Airweight im Kaliber 9mm RK mit der PDB 888 vorstellen. Es handelt sich hierbei quasi um ein in Deutschland gefertigtes Modell von der Firma Weihrauch Sportwaffen GmbH in Milrichstadt. Ist also schon mal wirklich was absolut schönes und vom Aufbau her natürlich identisch mit dem HW37. Sieht man auch, also die Optik ist schon mal wirklich gleich. Unterschied zum HW88 Airweight ist, dass beim Super Airweight die Trommel komplett auch aus Aluminium gefertigt wurde und nicht wie beim Airweight aus Stahl besteht. Genau. Ansonsten Bedienung ist natürlich gleich. Wir haben hier einen Double und Single Action Abzug. Das heißt, ich kann den Hahn vorspannen. Dementsprechend habe ich natürlich dann einen wesentlich verkürzteren Abzugsweg oder ich betätige ihn direkt. Habe dann natürlich einen dementsprechend längeren Abzugsweg, welcher natürlich auch ein bisschen straffer ist. Alles in allem aber ein wirklich sehr sauberer Abzug. Also das macht wirklich Spaß mit dem Revolver zu schießen. Eignet sich natürlich aufgrund dessen auch ideal zum Führen. Achtung, da natürlich wieder nur mit kleinem Waffenschein. Ansonsten halt ideal auch als Silvesterwaffe auf dem eigenen befriedeten Besitz tun. Genau. Auf der linken Seite haben wir dann den Trommelschieber. Wenn wir den nach vorn schieben, können wir quasi schon die Trommel rausschwenken. Wir sehen dann schon eine fünfschüssige Trommel. Ist für den kleinen Revolver, der wirklich sehr handlich ist, absolut gut und wirklich auch ausreichend. Man kann auch schön sehen, die Trommel ist sehr freigehalten. Also da kann man wirklich mal durchreinigen. Gerade weil das ja bei einigen Waffen bzw. Schreckschusspistolen aktuell bzw. heutzutage gar nicht mehr möglich ist. Was man schön sehen kann, im hinteren Bereich, ich sage jetzt mal der Stoßboden, der hat auf jeden Fall eine Stahleinlage. Der Schlagbolzen ist natürlich auch aus Stahl. Des Weiteren ist natürlich auch der Hahn aus Stahl sowie auch die komplette Trommelachse. Also da hat sich wirklich nichts geändert. Wir haben auch weiterhin eine Stahleinlage hier im Lauf. Und was man schön sehen kann, der Lauf ist wirklich immer noch so schön frei wie bei den meisten HW 37, 88 Modellen, die es halt so auf dem Markt gibt. Die Trommel ist wie gesagt aus Aluminium. Also da bleibt wirklich der Magnet nicht haften. Ist halt wirklich schön, weil der Revolver einfach so dadurch ein Gesamtgewicht von nicht mal 300 Gramm auf die Waage bringt. Dementsprechend halt wirklich absolut gut geeignet zum Führen und verdeckten Tragen. Genau. Ansonsten ist natürlich alles Weitere, was so Bedienelemente betrifft, als auch die Abzugsmechanik aus Stahl gefertigt. Also bei dem Revolver ist halt wirklich der Rahmen und die Trommel aus Aluminium. Ist wirklich absolut klasse. Muss ich wirklich sagen, ist wirklich sehr gut verarbeitet. Man kann es auch schön sehen hier anhand der Oberfläche. Also die Brünierung allein schon mal, die ist wirklich sehr gut. Und ansonsten natürlich auch alles im grünen Bereich. Standardmäßig wird der Revolver natürlich nicht mit diesen Griffschalen geliefert. Aber es gibt halt wirklich schöne Kunststoffgriffschalen, beziehungsweise auch gummierte Griffschalen, wodurch der Revolver wirklich einwandfrei in der Hand liegt und man wirklich absoluten Grip hat. Standardmäßig geliefert wird er mit den Holzgriffschalen, mit den flachen. Und welche, die sind halt auch in einem guten Zustand, also wirklich sehr gut gefertigt. Ist halt auch Echtholz dann. Aber in meinen Augen hat man hier mit diesen Kunststoff- beziehungsweise gummierten Griffschalen einfach nochmal einen wesentlich besseren Grip. Genau. Ansonsten kommen wir auch schon zum Lieferumfang. Mit dabei ist natürlich dann nochmal die Beschreibung, welche im Übrigen identisch ist zum HW37. Also da ist wirklich alles gleich geblieben. Hier auch nochmal der Garantiehinweis. Also da steht dann nochmal alles drin. Dann natürlich auch der Abschussbecher mit PDB-Nummer und natürlich auch nochmal die, beziehungsweise der Mündungsschoner. Finde ich auch recht gut, weil das macht nochmal die Mündung ein kleines bisschen schärfer. Ich schraube den mal schnell rein, zum zeigen. So ist natürlich gerade bei eingeschränkter Sicht die Laufsperre wesentlich schlechter zu sehen. Genau. Ansonsten kommt der Revolver standardmäßig in so einem schönen Pappkarton. Ist jetzt nichts besonderes, aber trotzdem schön aufgemacht. Also da kann man sich schon mal nicht beschweren. Was mir noch einfällt, bevor ich es vergesse, aufgrund persönlicher Anfrage mal bei der Firma Weihrauch, auch für diese Modelle HW88 sowie HW37 wird es auch in Zukunft weiterhin Ersatzteile geben. Also wer sich so einen Revolver kaufen möchte, die Ersatzteilversorgung ist auf jeden Fall gedeckt. Ich hoffe euch hat das kleine Video mal gefallen zum HW88 Super Airweight. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim nächsten Video und bis bald. Bis bald. Bis bald.